Jo, check the flow. Komm mal her hier. Der erinnert mich mal irgendwie bisschen an Alf nur, zerflettert. Das war cool. Das Serienende soll so mies gewesen sein. Da haben sie ihn doch dann abgeholt irgendwie von der NASA. Ja, genau. Oh, warst du das? Ja, ich schieße, ja. Oh, wenn du nach oben gehst und der Dickel dich gleich abfängt. Naja, ich habe mich auch gewundert, was du da willst. Da ist der Hinweis. Naja, aber ich meine nicht, der Dickel war da voll. Alter, lass mich doch mal weg hier. Jetzt habe ich ihn. Oh, böser Junge, böser Junge. Mann, Mann, Mann. Bruch renzt einfach so. Voll blind, ne? Hier gibt es so einen Kasten zum Heilen. Ah, warte, dann komme ich gleich mal zu dir. Oh Gott, Vorsicht, da kommt ein Zombie. Wo will der denn hin? Ja, der hat sich auch genauso wie ich blöd angestellt. Alter. So. Alter, der hat mir fast die Ehre genommen, ey. Der Sack. Ja? Dazu nichts. Ja. Dumm ist der, der dumm ist tut, hat Forrest Gumpel mal gesagt. Hier gibt es auch so einen Kasten. Oh. Eine Verbandtasche hat er mir verpasst. Ich hoffe, hier gibt es Munition, aber... Ja. Hier ist doch schön. Alter, es ist aber auch finster, ey. Hier siehst du ja gar nichts. Ja, jetzt ist es wirklich dunkel. Ja, finster Walde. Und wir haben nur den Meuchler, ey. Wenn uns da wieder einer entgegenkommt. Ja, vor allem der Meuchler ist echt ätzend. Hm. Oh, Mutti. Jawoll. Ach, ich war erst drauf und dran übrigens mir Black Mesa zu kaufen. Es ist quasi Half-Life 1 nur neu aufgemacht wieder. Hm, das sah ganz cool aus eigentlich. Ja, hat auch sehr gute Bewertungen gekriegt. Aber ich hab dann irgendwie gedacht, ah nee. Ich weiß nicht. Irgendwie... Half-Life 1 war aber auch wirklich schon Meilenstein irgendwie, ne? Als es rauskam. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das hört sich an. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jo, ich hab ihn platt gemacht. Oh Gott sei Dank. Kommt ja noch ein Zombie an, dann muss ich erst mal weg springen hier. Aua. Oh, hat mich voll gehauen mit ihren Hackebeider. Blödes Ding. Ist ja unglaublich, wie frech die manchmal sind. Boah, ich hab nicht mehr so viel Munition. Oh, du warst angeschossen. Ach, du Scheiße. Ja, mir hat's von hinten einer besorgt. Oh. Blendgranate. Nee. Das ist Gift. Ah, okay. Ach, da oben ist er, der Arsch. Ach, da. Ich sehe gar nicht. Alter, da muss man echt Luxaugen haben. Ach, du meine Wiese. Es sind mehrere auf jeden Fall. Oh. Oh. Jetzt hab ich mich angearscht selbst. Oh, oh. Oh, oh, der Dicke ist hinter mir her. Alter, ist auch geil. Der ist echt übel. Was schießen die denn gerade? Ah, der läuft doch. Oh, Mann. Ich treffe auch gar nichts. Die Lümmel. Alter, Grüße aus Bornheim. Ah, super. Oh Gott, noch ein. Scheiße, meine ich. Oh, der. Ich glaube, der hat hinter dir geballert, oder? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, jetzt von rechts irgendwie. Und von da irgendwo. Oh. Ja, von oben links jetzt aus dem Fenster irgendwie. Da, da irgendwie aus dem Fenster. Ah, ja. Oh, scheiße. Da ist da. Oh, nee. Das sind zwei sogar. Einmal von unten auf von der Treppe und oben von der Treppe. quasi aus dem Fenster. Tja. Alter, übel, übel, übel. Sprach mit übel. Hm. Verschwand in der Wand. Ich muss mich nochmal. Oh, nein. Ich muss mich gerade nochmal. Hi, ey. Übel, ne?